hallo leute und herzlich willkommen zu meinem neuen video bei diesem video werde ich euch ein deck vorstellen womit ich in arena 10 gekommen bin aber ich habe jetzt schon ein bisschen weiter gekämpft also bin jetzt ein bisschen neu mit den trophäen aber ist ja jetzt egal und also das deck ist eine litte gebahrendeck und so und ja jetzt muss ich kurz vorhanden lädt und das ist das deck ich muss halt ganz zeit mit der litte bahn wut und sepp also halt wenn es klettern an mir setzt mache ich selbst und so oder litte bahn da kein oder mit hog rider und so und das klettern an mir kann ich halt abwenden so jetzt zeige ich euch noch einen kampf denn ich eben gemacht habe und ja das ist der kampf gegen dimitri und der hat halt richtig gute karten also auf dem hohen level so viel höher als ich auf jeden fall zum beispiel in schwein reitern alles ich weiß aber vorher geschwindigkeit und dabei rede ich einfach nicht könnte es einfach angucken halt viel spaß ja 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.